Freunde, heute werden wir das krasseste Schwert aller Zeiten in Roblox ziehen. Wir ziehen das Level 999 Schwert und werden damit einen riesigen Drachen besiegen. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, falls ihr die krassen Schwerter nicht verpasst wollt. Und jetzt lasst ein Like da und ein Abo und kommentiert. Simlaki macht richtig viel Pups. Heißt du, das sieht, Leute, der will da richtig ausrasten. Let's go! Freunde, heute spielen wir den Schwertziehen Simulator in Roblox. So, mal schauen, ob wir schon das erste Schwert hier rausziehen können. Nimm das, Junge! Bum, 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 alter! Oh, ganze Kraftsammel! Oh, wir ziehen das aus dem Stein! Hä? Wir haben es geschafft! Wow, wir haben dieses riesen Schwert rausgezogen! Und jetzt haben wir sogar ein neues Schwert bekommen! Lol! Ey, Simlaki, als ob du noch kein Schwert hast! Oh, ich ziehe jetzt einfach auch das raus, Uki! Bam! Ey, nein, Freunde, wir müssen heute auf jeden Fall stärker als Simlaki werden und die krassen Schwerter ziehen. Wie zum Beispiel den finalen Boss Ex-Kalibur! Leute, das ist das krasseste Schwert! Ex-Kalibur! Lol! Oh, ich hab' ich voll hier, Uki! Easy peasy, lemme squeezy, Alter! Nein, das schaffst du auf keinen Fall vor mir, weil guck mal, hier mit diesem besseren Schwert kriegen wir jetzt viel mehr Plus, Freunde, viel mehr Stärke Plus. Zack, 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 zack! Und wir haben schon 2,2 Siege. Was können wir mit 2,2 Siegen machen, Freunde? Und, Uki, wie ich dich überhole, Junge! Was, du überholst mich? Oh, nein, warum überholst du mich? Ein Moment mal, Freunde. Guck mal, was wir hier alles für Geschenke benutzen können. Die können wir alle beanspruchen. Let's go, Freunde, wir benutzen die ganzen Geschenke. Ah, danke für dieses Geschenk, danke für dieses OP-Pad. Hoho, was? Und noch ein OP-Pad? Alter, no way! Alter, was haben wir gerade alles bekommen? Okay, das müssen wir uns mal anschauen. Lol! Demi...Demonik Dominus und Boku? Lol, äh, warte mal, Boku? Der erinnert mich an Zongoku, Leute. Okay, wir haben die Beine jetzt ausgerüstet. Mal schauen, wie die aussehen. Lol, die leuchten richtig. Wie krass sind die denn? Ey, Zabaki, hast du auch so coole Pads wie ich? So hohe Haustiere. Ich hol mir jetzt hier ein Pad, Junge. Du hast die kostenlos bekommen, du bist Hacker. Lol, 1500 oder stärker, Alter. Ich bin ja richtig OP. Ey, mal schauen, ob ich schon das nächste Schwert rausziehen kann. Ja, safe kann ich, Junge. Das ist das Schwert. Das ist das Herzbane-Sword. Mal schauen, ob ich es schaffe, es das rauszuziehen kann. Junge, Okri, nebenbei. Lol, wie schnell bin ich denn? Ich hab schon das nächste Schwert. Guck mal. Das ist viel cooler als deins. Ja, ich krieg das jetzt auch Okri, hä? Easy peasy. Ey, nein, was? Guck mal, hier ist irgendwas. Können wir das... For free? For free, Bro? No way. Wir haben gerade ein richtig krasses Eyebrow for free bekommen. Für kostenlose... Oh, wir öffnen es, Leute. Lol, Infernal Jammen. Infernal Dammen. Ey, Alter, ist der krass. Freude, lass uns den mal anschauen. 15 Mal plus. Boah, das ist unser krasseste Pad. Let's go, Alter. Zemaki hat niemals so krasse Pads. Wir bekommen einfach jetzt pro Schlag schon 53 plus. Guck mal, wie schnell das geht. Ey, Zemaki, ich hab viel mehr Stärke als du, du kleiner Noob. Egal, Okri, ich verrate dir eine Sache nicht und die ist richtig OP, Junge. Das wirst du niemals herausfinden. Was? Welche Sache willst du mir nicht verraten, hä? Ja, verrate ich dir nicht, Okri. Was, weil du es nicht verraten wirst, das werde ich auch nicht verraten, ne? Ey. Okay, Freunde, wir haben 41 Siege. Können wir damit irgendwas Gutes kaufen? Lass uns mal ja auch hier vorne ein Ei öffnen. Mal schauen, ob wir hier was Gutes rausbekommen. Oh, ich hab schon. Let's go. Vanilla Cream Bunny? Okay, der sieht jetzt nicht so gefürchtet aus. Und der ist auch richtig schlecht, Mann. Hä, das lohnt sich null, Leute. Ich hab jetzt einfach unnötig Siege ausgegeben. Okay, man kann Wiedergeburt machen und sein Clicker upgraden. Lol, stimmt, man kann sein Clicker upgraden. Warum hab ich das nicht früher gemacht, Freunde? Jetzt hab ich den krassen Clicker. Wie krasser die ganze Zeit als du, Junge? Äh, nein, bist du nicht, Simlaki. Ich hab schon 6.000 und ich kann das letzte... Ich kann das nächste Schwert schon rausziehen. Ich zieh jetzt das Sword of Essence raus, Leute. Das ist das krasseste Schwert schon fast. Boom, Alter, wie schnell mach ich das? Boah, let's go. Ey, nächstes Schwert rausgezogen. Bam, 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 zack. Guck mal, wie krass das ist. Ey, Simlaki, das ist krasser als seins. Und wie viel bekomm ich? Plus 106, 67 pro Schlag. Nur Ehrenloser. 176 pro Schlag. Und ach, Leute, schaut euch das mal an. Wir können hier sogar was ziehen. Wir können am Glücksrad drehen. Let's go. Wir drehen am Glücksrad. Und was bekommen wir raus? Was bekommen wir aus dem Glücksei? Alien. Ein episches Alien, Leute. Wie krass ist das? 4,5. Okay, das ist auf jeden Fall besser als dieser Boku. Dann lass uns das Beste gucken. Aber um 15.000 Wins, um aus der Welt zu entkommen, Ucri. Und eine andere zu kommen. Wir machen, wer als Erster hinkommt. Okay, aber ohne Hacken, Alter. Äh, Simlaki, wir werden nicht nur in diese Welt kommen. Ich komm nicht nur in die nächste Welt. Ich komm noch in die übernächste Welt, Junge. Und das ist alles vor dir. Alter, Ucri, laber dich. Yeah, 100 Prozent, Leute. Jetzt haben wir noch nicht genug Siege, um da reinzukommen. Aber ich werde es schaffen, Freunde. Ich werde gleich dieses Excalibur rausziehen. Ich bin schon fast so weit, Freunde. Ich habe ja schon 63... Warte mal, 24.000 Stärke. Das heißt, ich kann gleich schon dieses Kotetsu Blade rausziehen, Junge, Freunde. Und das werden wir auch gleich rausziehen. Mal schauen, wie krass das ist. Okay, ey, nicht mal so schlecht, Freunde. Guck mal, wie krass. Ey, wir können hier jetzt noch mehr Sachen kaufen. Lol, das gibt nur Speed. Okay. Lass uns mal auf diese gelbe Spur sparen. Ah, dafür brauchen wir 90 Siege. Okay, dann werden wir hier nochmal das hier rausziehen. Und dann bekommen wir noch mehr Siege, Freunde. So, zack, zack. Wir schauen, wie viele Siege wir bekommen, wenn wir dieses Schwert rausziehen. Nimm das, Junge. Easy, Leute. Leute, 55 Siege plus. Ich würde sagen, wir ziehen das noch ein paar Mal mehr raus. Und dann können wir uns noch eine krassere Spur holen. Und diese Spuren werden uns noch schneller Stärke geben. Denn die geben uns einfach Stärke beim Klicken, Leute. Die geben uns Schnelligkeit beim Klicken, meine ich. So, zack, 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 zack. Bam. Jetzt haben wir 236. Lass uns das noch ein paar Mal machen. Mal schauen, was wir hier ziehen können. Lass uns mal auf die hier sparen, Freunde. Auf die Pastel für 450. Okay, warte. Wir brauchen jetzt 450 Siege, um die zu kaufen. Boah, die ist richtig OP, Freunde. Und dann können wir viel, viel schneller plus machen als dem Lucky. Ey, dem Lucky. Ich habe gerade so einen krassen Trick herausgefunden. Du weißt gar nicht. Das war das du kannst gar nicht schon lange. Und ich habe noch viel krassere Tricks als du, Junge. Hier, Boku habe ich jetzt bekommen. Boku habe ich schon lange, du kleiner Noobs im Lucky. Denn das war mein erstes Pad, Junge. Ich bin schon viel krasser als du. Ey, du bist Hacker, Junge. Ich bin kein Hacker. Ich bin einfach nur heftig, Leute. Okay, jetzt noch einmal rausziehen. Bam. 55 Siege plus. Und jetzt können wir uns hier vorne diese richtig krasse Spur holen. Oh, sollen wir auf die Grüne sparen? Die gibt einfach schon 30 plus. Ja, okay, komm. Komm, lass doch einmal mehr machen, damit wir hier die Grüne bekommen, Leute. Ich möchte unbedingt die Grüne haben. Dafür brauchen wir 600 Siege. Alter, wir haben schon so viele Siege. Ganz ehrlich, Leute. Wir müssen auch gleich noch mehr Pets ziehen. Weil Pets kann man ja auch nicht krass bekommen mit Ziegen. Bum, bum, bum. Bum, rausgezogen. Jetzt haben wir fast 600 noch einmal. Da haben wir 600. Da holen wir uns die Grüne Spur. Let's go, Freunde. Ey, das ist schon so easy, das hier rauszuziehen. Am Anfang konnten wir fast dieses hier nicht rausziehen. Und jetzt können wir jetzt schon das hier rausziehen. Alter, wir sind einfach OP, Junge. Und so mache ich schon den erstes mal an. Ich habe eine Grüne Spur, Junge. Let's go. Du hast eine Spur, okay. Bam, jetzt habe ich die Grüne Spur. Let's go. Ich habe auch eine Spur. Alter, und jetzt kann ich viel schneller klicken und viel schneller Plus bekommen mit meinem Schwert. Boom. Guck mal, was ich für einen Tacken überhaupt mache. Zack, Umdrehung. Boom, 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 boom. Okay, Freunde, was können wir uns hier für Eier holen? Für 700 können wir uns das hier holen. Dann würde ich sagen, lasst uns mal gleich auf die 63.000 sparen. Dann holen wir uns dieses Kodzett zu Blade. Und damit werden wir dann richtig viele Siege sparen und das krasseste Ei öffnen. Mario, schau, was ich aus dem krassen Ei bekomme. Lol, man kann hier sowas Mütliche bekommen. Alter, ich hoffe, ich bekomme das Mütliche hier. Das wäre so krass, Alter. Okay, Freunde, wir müssen jetzt noch ein bisschen sparen auf 63.000. Wir schaffen das, Freunde. Ah, stimmt, wir können hier noch equippen, unsere besseren. Hier, wir sind schon Master, Leute. Wir sind schon Master. Let's go, Alter. Ey, jetzt bekomme ich so viel Plus. Oh, ich hätte das früher machen sollen. Guck mal hier. Und wir müssen Wiedergeburten eigentlich machen, oder? Ah, können wir doch gar nicht. Ah, wir brauchen 25 Siege für eine Wiedergeburt. Alter, Freunde, sollen wir Wiedergeburten machen? Aber wenn wir Wiedergeburten machen, dann können wir nicht in die nächste Welt und unsere Stärke wird resetet. Dann wird sie zurückgesetzt. Haha, Okred und Um, ich habe schon tausende Wiedergeburten gemacht. Ey, Freunde, wir sind so krass am Farben, Junge. Wir sind so krass am Farben. 166.000. Ganz ehrlich, Leute. Hier, ich muss das krasseste erquippen. Bam, Junge. Jetzt habe ich das krasseste, Leute. Und ihr wisst, was ich damit kann. Ey, so Lacki, so krass bist du niemals im Leben. Was? Als wenn du das krasseste hast. Oh, ja, Junge. Ich habe den krassesten Klicker, Leute. Guck mal, wie viel ich Plus bekomme. Jetzt lasst uns das nächste Schwert rausziehen. Wir haben genug Stärken, Leute. Schon lange genug. Nimm das, Alter. Das wird richtig easy, Freunde. Oh, nein. Das ist gar nicht so easy. Komm her, Mann. Ich kicke so schnell. Oh, nein. Ah, zack. Bam. 275 Siege mit einem Rauszieher von dem Schwert. Das Schwert habe ich schon lange. Warte mal, du hast das schon lange, das Schwert? Ja. Aber du hast doch voll wenig Stärke. Ja, ich habe es trotzdem umgekriegt. Wie hast du das gemacht, Zimlacki? Ich bin halt viel krasser als du, ne? Oh, Kri, ich bin stärker, habe ich doch gesagt. Hm, wir haben so viel Stärke. Sollen wir eine Wiedergeburt machen? Ey, ich weiß gar nicht. Wenn wir eine Wiedergeburt machen, dann verlieren wir alle unsere Stärke. Und dann schafft es vielleicht Zimlacki, vor uns in die andere Welt zu kommen. Nee, ganz ehrlich. Ich werde jetzt hier sparen auf dem Snack. Ich hole mir jetzt Eck für 700, Oh, Kri. Eck für 700? Oh, nein. Ja, aber ich gewinne die ganze Zeit gegen den Typen. Der ist so einfach. Epic, epic. Ey, warte mal, schaffe ich es vielleicht schon gegen den hier, Freunde? Vielleicht schaffe ich es ja. Komm, ich muss es austesten. Boah! No, alter Uki, Junge. Du wirst mich niemals besiegen. Ey, ich werde jetzt so stark, du weißt gar nicht. Ich kriege jetzt richtig viel Plus, Uki. Hä, was ist denn Zimlacki? Ich habe mir krass Eck geholt. Ernsthaft? Ist das richtig heftig? Das gibt mal 100. Was? Mal 100 niemals? Hä, Spaß. Nein, nicht mal 100. 100 ist zu krass. Okay, ich sag dir nicht, wie viel das mal gibt. Alter, nein, ich brauche auch so ein krasses Eck. Okay, Freunde, wir werden jetzt hier ein paar Mal spielen. Dann haben wir 700 Sieger. Ja, wir haben schon 700 Sieger, Alter. Wie, let's go. Wie schnell ging das denn? Und jetzt werden wir hier auch ein krasses Pad eröffnen. Komm, jetzt kriege ich was krasseres als den Lucky. Und, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Boom, Tiger. Oh, das war das Schlechteste, was wir bekommen könnten. Ernsthaft. Junge, ich habe ein Episches bekommen. Ich habe einen Drachen bekommen. Was? Den Drachen? Ey, wie krass ist der Drache? Sag mal ehrlich. Mal 10, Junge. Mal 10? Ja, okay. Ich habe ein Pad, das hat einfach mal 15. Haha. Hä? Was? Oh, yeah. Und jetzt werde ich noch mal per Siegel holen. Und mit diesen paar Mal siegen, werde ich dann noch krassere Pads ziehen. Okay, Freunde, wir bauen unbedingt krassere Pads. So, noch einmal hier ziehen. Let's go, Freunde. Wow. Ey, unser Autoklicker spielt rum. Voll übrigens, ich benutze jetzt den Autoklicker, damit wir den Lucky komplett hops nehmen. Guck mal hier. Boom. Autoklicker aktiviert jetzt. Zack. Dann können wir doch schneller Siegel farmen. Okay, jetzt mal ab zum Pad und mal schauen, was wir rausbekommen. Was wir rausbekommen. Und was kommt raus, Leute? Boom. Drache, Alter. Let's go. Oh, nee. Der ist selten. Und warte mal, Lucky. Du hast das Epische niemals, oder? Er hat zweimal hintereinander bekommen. Zweimal hintereinander das Epische bekommen? Ja. Hä? Warte mal. Mein Drache gibt 8 plus. Ja, meiner gibt 10. Nein. Ich brauche auch so einen krassen Drachen wie deiner. Okay, vor allem, wir ziehen hier noch ein paar mehr Siege, Leute. Und dann kriegen wir auch so einen krassen Drachen. Aber sowas von. Bam. Einmal. So. Zweites Mal rausziehen. Let's go, Freunde. Easy peasy. Und drittes Mal rausziehen. Let's go, Freunde. Easy peasy. Let's go. Okay, jetzt öffnen wir nochmal das Ei. Komm, jetzt bekomme ich immer was Besseres als du. 100%. Und. Bekomme ich was. Oh, Leute. Bitte, 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 bitte. Und. Ernsthaft. No way, Leute. Ich dachte, ich bekomme was Besseres. Aber ist gar nicht mal so schlecht. So, wir werden das jetzt equippen. Und jetzt, Freunde, kriegen wir richtig viel. Plus 4 oder 60. Einfach plus, Junge. Pro Schlag. Ey, ich werde es so easy schaffen. Sie machen die nächste Welt. Ich schaffe es vor dir in die nächste Welt. Aber sowas von. Bam, 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 bam. Wir haben den krassen Clicker aktiviert. Alles aktiviert, was nur krass ist. Werden wir auch sehen, Okri. Werden wir auch sehen, Freunde. Ich werde sowas von gewinnen. Er hat keine Chance, Leute. Er hat keine Chance. Wir müssen uns hier unbedingt eine bessere Spur holen, oder? Ja, Freunde. Wir müssen uns eine bessere Spur holen. Habe ich ganz vergessen. Okay, warte mal. Wir müssen ein bisschen Stärke sparen. Dann holen wir uns ein paar mehr Siege und versuchen, dieses Ex-Kalibur rauszuziehen. Okay, ich bin so schnell stark, ne? Ich bin viel krasser als du. Okay, jetzt hast du 23.000 Stärke. Bro, ich habe 263.000. Warum bist du so krass, Okri? Hast du Wiedergeburt gemacht? Nein, Okri. Hast du kein Wiedergeburt gemacht? Was, doch. Ich habe schon 1.000 gemacht. Was? Oh nein, du hast viel mehr Wiedergeburt. Dann machst du auch viel mehr Plus als ich, oder nicht? Viel schneller. Nein, mache ich trotzdem nicht. Let's go. Äh, warte mal. Ich weiß auch, warum du nicht so schnell Plus machst. Weil du ein Noob bist, Junge. Hey, das hat nichts damit zu tun. Ich bin pro, Alter. Okay, Freunde. Ich würde sagen, jetzt testen wir mal, ob wir den finalen Boss besiegen können. Komm schon, Freunde. Autoklicker ist an, Leute. Und... Zaaaaaack! Komm her, Mann. Ich werde jetzt... Alter, wir schaffen es sogar. Wir schaffen es sogar. Ganze Kraft zusammen. Und... Boom. Komm schon, Freunde. Wir müssen das krasseste Schwert rausziehen. Das krasseste Schwert aller Zeiten. Und wir schaffen das Ex-Kalibur, obwohl wir so wenig Stärke haben. Let's go! Oh, wie krass ist das? Alter. Simlaki, was machst du jetzt? Oh, let's go! Ey, jetzt hast du wirklich keine Shots mehr. Jetzt hast du wirklich keine Shots mehr. Was? Was? Junge, hast du geschafft? Egal, Ucrischaft ist auch easy. Haha, mach ich jetzt auch. Warte, wie willst du das mit 23.000? Das schaffst du eh nicht, Leute. Alter, der kann so viel versuchen, wie der will, Junge. Du hast keinen Shot. Du hast verloren, weil du so schlecht bist, Simlaki. Nee, das gewinne ich, Ucrischaft. Und bam! Junge, ich habe schon wieder verloren. Okay, Freunde, wisst ihr was? Jetzt mit diesen Siegen können wir uns ja eine richtig krasse Spur holen, die uns noch schneller macht. Ich würde sagen, hm, wir holen uns hier diese pinke Spur. Bam! 35 gibt die uns Plus. Wir kippen die direkt. Und let's go, Freunde. Jetzt machen wir noch schneller Plus. Und noch faster. Und jetzt werden wir so lange sparen, bis wir richtig viele Siege haben. Weil gleich müssen wir das öfter rausziehen. Und dafür bekommen wir dann die 15.000 Siege und können in die nächste Welt und haben die Challenge gewonnen gegen Simlaki. Simlaki werde ich besiegen, Junge. Hä? Ja, nein, wir sehen, Ucris. Nee, wirst du nicht schaffen, denn ich weiß, dass ich richtig viel Plus kriege. Ich habe nämlich gerade einen Fehler gemacht. Jetzt mache ich den aber nicht mehr, Ucris. Was für einen Fehler hast du gemacht, Simlaki? Ja, ich verrate es dir nicht, Ucris. Ich werde jetzt richtig krass übertreiben, Alter. Alter, nein. Ey, stimmt, Freunde. Wir brauchen auch eigentlich unbedingt so krasse Wiedergeburten wie er, Leute. Sollen wir uns irgendwas mit Robo zu tun? Kriegst du Ucris? Ich habe null Wiedergeburten. Was? Ja, ich habe null gemacht und ich habe die ganze Zeit nur gespart. Alter, du bist ein Noob, Ucris. Da machst du keine Wiedergeburt, hä? Aber jetzt bekommst du auch viel schneller Plus als ich, merke ich gerade. Nein, hö, hö. Ja, kriege ich Ucris. Ich bin gerade zu schaumartig. Lass mal nebeneinander stehen. Lass mal schauen, wie viel kriegst du pro Schlag? Ja. Wie viel kriegst du pro Schlag? Pro Schlag kriege ich 475. Was, ey? Das ist fast so krass wie ich, Junge. Ja. Ey, nein, was? Ey, Leute. Der ist wirklich schon fast so krass wie ich, obwohl der... Oh, bis ich das andere Schwert kriege. Ey, weißt du, warum du so viel bekommst wegen den Wiedergeburten? Oh, Junge, jetzt kriege ich mir das andere Schwert und ich habe es rausgezogen. Hä? Was sagst du? Wie willst du das rausziehen? Ja, guck mal, was ich meine Hand habe. Wo du willst du nur 100.000 Stärke? Nein, ich habe schon 200.000, Ucris. Mit 200.000 hast du es geschafft, das rauszuziehen? Wie machst du das, so Lucky? Und jetzt kriege ich sogar schon 500 Stärke. Was, Alter? Wie krass bist du so im Lucky, Junge? Egal, ich habe es erst in die nächste Welt. Bam, ich ziehe es jetzt richtig oft raus. Oha, Leute. Da hat er keine Schotze. Da hat er keine Schotze. Hihi. Ja, wir haben 500.000 Stärken schon. Ey, so Lucky, ich ziehe es gerade so oft raus, dass ich 50.000 habe. Ich hole mir jetzt ein Space Egg, Ucris. Bam, Alien. Nimm dir ein Space Egg. Ich hole mir ein Egg in der nächsten Welt, so Lucky. Bis gleich, Junge. Vielleicht haben wir 15.000, Freunde. Das sind wir sehr, die auf jeden Fall vor uns im Lucky haben, Junge. Was? 100%? Als wenn, Ucris. Oh, ja. Und dann mache ich erst meine ganzen Wiedergeburten. Wenn ich in der nächsten Welt bin, dann kann ich genug Wiedergeburten haben. Dann habe ich genug Zeit, um genug Wiedergeburten zu machen, ja? Hm? Lucky, hast du Angst? Hast du schon Angst, jetzt rasiert zu werden von mir? Oh, okay. Oh, ja, Freunde. Gleich haben wir 15.000. Dann gehen wir in die nächste Welt. Oh, ja. Freunde, ich werde jetzt ein bisschen sparen. Und dann sehen wir es gleich wieder. Ja, let's go, Freunde. Wir haben jetzt einfach 15.000 Siege. So, Lucky, ich bin vor dir in der nächsten Welt. Let's go. Boah, mit der nächsten Welt, Alter. Boah, die sind so krass, Junge. Als wenn du es schon geschafft hast. Noob, 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 noob. Und jetzt werde ich mit diesen 15.000 Siegen richtig krasse Eier öffnen hier vorne in der nächsten Welt, Leute. Was? Mal schauen, was ich rausbekomme. So, hier. Und, Alter, unser Schwerz ist einfach so heftig, ne? Das läuft ja hier noch viel. Ich hole mir viel, viel krasseres Ei hier für 7.000. Let's go. Hä? Wie bist du in meiner Welt drin, Simlaki? Ja, sag doch, ich bin krasser als du. Ich will dich schon lange, Okri. Hä? Was sagst du, Simlaki? Wie? Ja, mein du Noob, Okri. Was? Äh, Simlaki, wie hast du das so schnell gemacht? Ja, ich verrate dir gar nichts, Ok, hörh, denkst du auch? Ich verrate dir meine Geheimnisse, ey. Ey, aber du warst doch nach mir drin, Junge. Ich hab's ganz genau gesehen, Alter. Nein, nein. Ich hole mir jetzt auch extra 7.000. So, zack, 7.000. Auf Lügen. Und mal schauen, was ich jetzt bekomme. Hä? Das ist schlecht, Junge. Egal, ich rüsse es aus, Freunde. Das ist bestimmt auch nicht so schlecht. Oh, Alter. Das ist schlecht, das ist schlecht. Ich dachte, das wäre viel besser, was? Das ist voll schlecht, Junge. Ich habe einfach 7,5 hier ausgegeben für so ein schlechtes Bett. Normalöffne. Komm, jetzt muss ich was anderes bekommen. Bitte. Und Epic, Epic, Junge, Epic. No way. Einfach Epic bekommen. Alter. Okay, was habe ich als Episch-Team bekommen? Den Emerald Dragon für 10,5 gibt der uns plus. Ey, let's go. Hä? Der gibt 10,5 plus, Junge. Der Episch in der anderen Welt für 700 hat 10 plus bekommen. Warum sind die so schlecht, die Eier, Leute? Ich habe keinen Eier für Fünsten bekommen. Okay, weißt du was, Lucky? Wir müssen heute noch das hier rausziehen. Das Nightfall-Sword. Haha, das ist richtig heftig. Lol. Hä, das schaffe ich easy, Ukri. Ich bin so krass. Ey, denkst du, am Schluss kommt auch Thor's Hammer, den wir aufheben müssen auf vom Stein? Boah, Thor's Hammer? Ey, vielleicht, Ukri. Aber das ist nicht easy zu schaffen. Thor, hä? Wer ist Thor? Wer ist Thor, Junge? Mal schauen, ob wir das hier schon mal schaffen. Ey, schau mal, Ukri. Wir können hier Boss fighten. Boss fighten? No way. Ja, Ukri. Okay, lass uns mal fighten, Leute. Mal schauen, ob wir es schaffen. Und nimm das, Junge, als ob du eine Chance gegen uns hast. Zack, 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 zack. Ey, der hat uns in einem Schlag zerstört. Auch in einem Boss fighten, Mann? Äh, ich glaub schon, Ukri. Lol, wir können wirklich in einem Boss fighten machen. Okay, Freunde, lass uns mal hier in einem Boss fighten machen. Okay, Freunde. Komm, wenn wir den besiegt haben, gewonnen sind, Lucky. Nimm das, Alter. Boah, 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 boah. Yo, 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 yo. Ja, ich hab ihn besiegt, Alter. Und, oh. Man bekommt einen richtig krassen Pet dadurch. Lol. Ey, ich hab ihn auch besiegt. Ey, warte mal. Ey, worauf hab ich das nicht bekommen, Freunde? Kraft? 14 Mal. Oh, ich muss ihn 15 Mal besiegen, Freunde. Und dann krieg ich hier ein richtig krasses Pet. Okay, ey. Das werden ich schaffen, Leute. Easy, Bum. Nimm das, Alter. 15 Mal, wenn ich besiegen hab, bekomm ich das krasseste Pet, Alter. Hehe. Ah, okay, Freunde. Man bekommt immer so richtig random Pieces. Also komplett verschiedene Pieces von Pets. Wir müssen einfach Glück haben, dass wir oft das Gleiche ziehen. Jetzt haben wir hier, warte mal. Jetzt haben wir hier schon zweimal diesen Broly. Und den kann man einfach für 30, wenn man den 30 Mal zieht, Freunde. Dann kann man den craften. Der ist bestimmt richtig OP. Sollen wir jetzt einfach richtig oft gegen den kämpfen, Freunde? Wer sagt, hm, ich weiß nicht, Junge. Nimm das, Alter. Boom. Komm schon. Wir haben jetzt schon wieder den hier bekommen. Okay, warte mal. Wir können ein Event-Ei wieder ziehen. Let's go. Und was bekommen wir raus? Ey, der ist nackig. Ich öffne gerade das Raster-Ei, Junge. Und wir bekommen wieder den Infernal-Dragon. Okay, der ist richtig OP, Freunde. Der gibt einfach 15 Plus. Den equipen wir direkt, Leute. Let's go. Jetzt bekommen wir so viel Plus. Und ab in die nächste Welt. Und jetzt werde ich hier trainieren. Alter, aber wir bekommen viel zu wenig Plus, Leute. Wie können wir noch schneller, noch stärker werden? Ein bisschen smart noch hart denken, Leute. Immer klug denken. Wie können wir stärker werden? Wir brauchen bessere Pets, oder? Können wir dieses Dark Sword schon rausziehen? Sollen wir es mal ausprobieren? Komm, wir probieren es aus. Komm schon, Junge. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Let's go. Vergesst es, Freunde. Vergesst es, Junge. Ich habe nicht mal eine Chance, Alter. Okay, was können wir hier bekommen? Pets? Nee. Müssen wir 45 Minuten spielen? Junge, wir müssen einfach trainieren. Vielleicht können wir ja mit Siegen uns hier Eier holen. Das wäre richtig OP. Aber das kostet 2 Millionen, was? Alter, warte mal. Hier, 22. Junge, wie teuer sind die Eier? 7500. Okay, wir haben nicht mal so viele. Wir haben nicht mal so viele. Wir haben nicht genug Siege. Oh no. Oh no, Leute. Wie sollen wir heute richtig stark werden, wenn wir es nicht mal hinbekommen? Müssen wir reincheaten, etwa? Oder hier? Ein paar Geschenke beanspruchen. Wir holen uns dieses Pet, Leute. Wir holen uns dieses Pet, Junge. Das ist bestimmt richtig OP. 90% Rabatt, Leute. Junge, Magical Lily. Alter. Leute, sollen wir uns das holen? Ich weiß ja nicht ganz, Alter. Wir holen uns das später, Freunde. Lass alle dafür ein Like da und ein Abo schon mal. Was ist das hier, Junge? Der Lama-Drache, der Mega-Boss, Magma-Dragon. Was? Junge, wie soll ich gegen den kämpfen? Der hat 1,4 Jahre in Stärke oder so. Okay. Wisst ihr was? Wir müssen heute Wiedergeburt machen. Haustiere bekommen. Alles drum und dran, damit wir einfach stärker werden. Wiedergeburten machen wir später. Wir haben zwar jetzt noch 0 Wiedergeburten, aber mit Wiedergeburten kriegen wir viel mehr Prozent plus. Das wäre richtig OP. Freunde, ihr wisst, was das heißt. Wir werden heute richtig trainieren. Wow, was ist das denn hier? World Boss Evil Prince? Alter, den müssen wir auch besiegen, Freunde. Und ich sehe gerade, mir fällt was ein. Wir können ja so Sachen craften, so Haustiere. Und wir brauchen ja bessere Haustiere. Schaut hier vor, da kann man so Haustiere craften. Und man kann die craften, indem man ein Schwert zieht. Und da bekommt man so Teile vom Haustier. Oh, wir können hier sogar equipen. Das dürfen wir nie vergessen. Immer einen krasseren Klick equipen. Jetzt kriegen wir auch mehr plus, Freunde. Schaut mal. Jetzt geht es auch schneller nach oben. Wir haben nicht mal zwei Millionen, Junge. Wir brauchen sechs Millionen, um das erste Schwert zu ziehen. Ey, wie lange dauert das bitte sehr, Junge? Wie lange dauert das, Alter? Okay, Freunde. Ab in die erste Welt. Und hier vorne würde ich sagen, kämpfen wir mal. Äh, Junge. Ne, nicht gegen den. Ich wollte hier vorne gegen den einen Typen kämpfen. Ah, da vorne ist er. Gegen den dunklen Prinz, Leute. Und wenn wir den besiegen, dann bekommen wir immer so Teile von einem Pet, Leute. Und wenn wir ihn öfter besiegen, schaut, wir haben gerade so ein Like-Dominus-Legendary bekommen. Wir ihn öfter besiegen, dann bekommen wir richtig oft dieses Pet, Leute, und können das craften. Ey, das wäre richtig super OP, Leute. Deshalb würde ich sagen, wir brauchen fünften Stück. Wir werden jetzt richtig oft gegen ihn kämpfen. Und dann, sobald wir fünfte Stück haben, crafte ich das Pet, Junge. Sobald wir fünfte Stück haben, crafte ich das OP-Pet, das Legendary-Pet, Junge. Hoffentlich ist das richtig gut, da kriegen wir mehr Plus endlich. Wir haben jetzt endlich zwei Millionen. Wir werden heute alles hopsen nehmen, Junge. Nimm das, Alter. Wuhu. Let's go. Und danach machen wir richtig viele Wiedergeburten, nachdem wir ihn oft besiegen, weil wir kriegen auch richtig viele Siege durch ihn. Freunde, schaut, die Schwerte geben auch immer mehr Stärke. Das heißt, wir müssen immer das krasseste Schwert benutzen. Hier, das war unser Loops-Schwert ganz am Anfang. Und wir haben jetzt diesen Excalibur. Alter. Ich muss euch was verraten. Wir sind jetzt fast dabei, dieses Pet zu craften, das OP-Pet. Komm, noch einmal brauchen wir das. Und let's go. Können wir es jetzt craften? Okay, wir kämpfen jetzt noch einmal. Und dann haben wir genug Siege, Freunde. Und wir haben das Pet bekommen. Ja, let's go. Wir haben jetzt fünfte Stück von dem. Und jetzt würde ich sagen, craften wir den Light-Dominus. Mal schauen, wie viel der uns Plus bekommt. Ey, ich frage mich echt, ob der krass ist oder nicht. Wir haben gecraftet. Warte. Das hat funktioniert. Haben wir den jetzt? Ja, wir haben den, Freunde. 45 Plus. Was? Alter, niemals. Ey, das ist voll OP. Ey, das ist OP, Freunde. 100 Prozent. Okay. Der beste Roblox-Spieler, so gut wie du. Nee. Ey, Leute. Mal kommt Disrag gegen Simlucky einfach am 1. November. Und schaut euch mal an, Junge. Wie viele Haustiere der hat, Alter. Ich glaube, der ist krass, Junge. Der hat ein bisschen Geld ausgegeben, glaube ich. Weil ich kann nur drei ausrüsten. Guck mal, wie viele der hat, Junge. Fast, Alter. Okay, das ist ein richtiger Pro. Das ist ein richtiger Pro oder ein richtiger Payer, Alter. Der hat bestimmt 1.000 Euro oder so ausgegeben. Und wir können hier dieses epische Pet auch craften. Lass mal schauen, wie viel uns das Plus gibt. Ist das auch gut? 35, ja. Ist ganz okay. Schlechter als das andere. Aber dafür haben wir das jetzt, Leute. Und ich würde sagen, let's go. Wir haben richtig viele Siege. Jetzt können wir. Oder sollen wir mal auf die Special hier fahren? Dann kriegen wir irgendwas von Special. Light Aura. Ich weiß nicht, was das ist, Freunde. Aber wir bekommen irgendein Special, das will ich unbedingt haben. So, lass uns in die andere Welt wieder gehen, damit wir mehr Plus machen. Hier müssen wir wieder ausrüsten, das krasseste. So, hier vorne. So, hier vorne equippen wir das. Den Klick equippt und let's go. Jetzt trainieren wir einfach. Einfach drauf trainieren, Leute. Und am besten, wisst ihr was, Leute? Wir machen gleich eine Wiedergeburt, oder? Damit wir noch mehr Prozent bekommen. Durch die Haustiere haben wir ja schon mehr Prozent bekommen. Jetzt brauchen wir noch mehr Prozent durch die Wiedergeburt. Damit wir stärker werden. Lass uns mal schauen, ob wir dieses Dark Souls ziehen können. Komm schon, Freunde. Jetzt geben wir nicht auf, Alter. Jetzt klicken. Let's go! Leute, Junge. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Alter, Junge. Nein. Junge, Junge. Es dauert zu lange. Ich klicke. Meine Hand tut weh. Meine Hand tut weh, Leute. Ich klicke. Ich ziehe das Schwert so hart. Ihr verdraut mir, Junge. Ich schaff's einfach nicht. Ich brauch den Autoklicker. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Leute. Nein, meine Finger. Lass uns nach. Meine Finger. Ey. Ja. Ja. Nein. 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 Warum ziehe ich das? Junge. Leute, bitte. Ich muss das Schwert ziehen. Das, Junge. Okay. Okay. Jetzt kurz die Station. Ah. Komm schon. Nein. Es ist so knapp. Es ist so knapp. Ja, bitte. Bitte. Nein. Nein. Ey. Es reicht. Ich will das Schwert haben. Ich will das. Nein. Nein. Alter. Junge. Ich bin komplett auf Ernst, Leute. Ich bin am Ende, Alter. Junge, meine Finger tun weh. Wir müssen trainieren, Junge. Wir müssen trainieren, Alter. Junge. Wie lange hat das gedauert? Ich habe gerade drei Minuten oder so am Schwert gezogen. Und wir können jetzt das Dark Sword ausrüsten, Junge. Schaut euch das an. Sieht das coole aus? Ich finde, das sieht nicht mehr so coole aus als das andere davor. Aber es gibt uns mehr Plus und deswegen behalten wir das auf jeden Fall. Und jetzt, bumm, Geschenke vereinspruchen. Und, Leute, wir können einen krasseren Kripp equippen. Das müssen wir auch gleich machen. Aber erst mal würde ich sagen, machen wir ganz, ganz viele Videogeboten. Komm, eine Videogeburt. Und wir verdienen nur unsere Stärke. Seht ihr? Aber nicht unsere Siege. Das heißt, wir können richtig viele Videogeboten. Oh, let's go. Boom. Alter, jetzt haben wir schon 100%, Junge. 100% mehr Stärke, Alter. Das ist schon mal richtig gut. Guck mal, wie viel wir jetzt Plus bekommen. 21.000, oder? Yo, let's go, Alter. Das ist richtig OP. Okri. Der meiste Micro-Spieler. Du wirst nie... Nee. Okri. Der beste Micro-Spieler. So gut wirst du nie. Ich gewinne jede Challenge. Du bist ein Pupsi. Ey, Leute. Bei Diswrecking wird so krass vertraut mir. Simlaki, klein, rot, stinkt wie Kot. Am 1. November auf meinem Okri-Kanal kommt der Online, Leute. Der wird einfach zu heftig, Freunde. Let's go. Wir müssen richtig hart trainieren, Junge. Boom, 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 boom. Damit wir wieder Stärke bekommen. Guck mal, wie schnell wir jetzt stärker werden. Wir haben jetzt schon 2,5 Millionen, Alter. Let's go. Denkt ihr, wir können diesen Magma-Drachen besiegen? Sollen wir es mal ausprobieren, Freunde? Hm. Ich muss damit am Schluss, Junge, ich werde besiegen. 100 Prozent, Leute. 100 Prozent. Wir holen uns gleich noch dieses Pet, Junge. Wir kaufen uns das gleich noch mit Robux, damit wir noch stärker werden. Und wir wollen heute in die nächste Welt kommen, Freunde. Das ist die Magma-Welt. Wir sind hier auf irgendeinem Magma-Planeten. Alter, schon heftig. Junge, wir haben das echt krass designt, ne? Muss man schon sagen. Wir haben das echt krass designt, oder? Schaut euch das an, Alter. Hier mit dem Magma-Drachen. Dann hier vorne so ein Planet, so ein Lava-Planet. Junge, einfach heftig, Freunde. Wir haben es so gut gemacht. Oh, 5 Millionen Stärke schon, Freunde. Können wir damit vielleicht schaffen, hier, das Magma-Schwert rauszuziehen? Nee, oder? Alter, wir brauchen 60 Millionen Stärke, um das Magma-Schwert rauszuziehen. Was? Junge, wie viel ich... Alter! Übertreibst halt nicht, Junge. Oh, Mann. Egal, Freunde. Wisst ihr was? Wir trainieren immer weiter. Und heute werden wir noch super stark. Let's go! Leute, Leute. Ich habe hier einfach so eine Halloween-Welt gefunden im Polo Sword-Simulator. Boom. Zack. Hier können wir Zombies besiegen. Was kriegen wir dafür? 30 Kürbis? Was sollen wir mit Kürbis machen, Leute? Keine Ahnung. Vielleicht können wir... Ah, wir müssen diese Quest... Ah, da können wir sowas hier bekommen, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht können wir das mit Kürbis uns kaufen. Nee, anscheinend nicht. Hä? Was können wir denn mit Kürbis machen? Egal, wir gehen wieder zurück, lieber Freunde. Oh. So, zack, Freunde. In die Lava-Welt zurück. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir einfach richtig oft am Schwert und machen wieder richtig viele Wiedergeboten. Oder wir sparen halt Siege, damit wir uns richtig krasse Pets kaufen können. Diese Eier für 2 Millionen öffnen. Lass das machen, Freunde. Wir öffnen gleich diese Eier für 2 Millionen. Und guck mal hier, wir können sogar... Wir können hier sogar an diesem Teil ziehen. Und dann kriegen wir hier auch Tiere. Also Teile, meine ich. Puzzlestückchen für das Haustier. Guckt, wir haben eben so eine Spinne bekommen. Ey, wisst ihr was, Freunde? Wir werden den hier heute noch besiegen. 100%. Und den Drachen auch, Alter. Ich werde es schaffen, Junge. Ich werde nicht aufgeben, Junge. Let's go. Sie ist richtig auf der Rad, Junge. Let's go, Leute. Ich brauche richtig viele Siege, damit wir uns die krassesten Pets kaufen können. Die krassen Eier öffnen. Und was auch wichtig ist, wir müssen uns mal eine bessere Spur kaufen. Lass uns mal hier vorne die hier holen für Siege. Bam, let's go. Den Red Fade. Oh, guck mal hier. Jetzt leuchten wir auch richtig. Irgendwo, wir brauchen eine bessere Spur, aber die holen wir uns auch gleich. Deswegen, wir sparen einfach auf Siege. Let's go. Wir sparen einfach auf Siege und trainieren nochmal richtig hart. Freunde, wisst ihr was? Wir cheaten jetzt rein, Junge. Jetzt ist es soweit, Leute. Wir müssen jetzt reincheaten. Wir holen uns jetzt das krasseste Pad. Lasst alle ein Like dafür da und ein Abo. Weil irgendwie können wir hier nichts bekommen, Leute. Wir kriegen einfach keine krassesten Pets. Deswegen, wir brauchen dieses Pad. Wir brauchen dieses Magical Lily, Leute. Deswegen, lasst ein Like da und ein Abo in drei Sekunden, dann hol ich mir das. Drei, zwei, eins, let's go. Kurz geht raus in jeden, der geliked hat. Und wir haben uns geholt. Hoffentlich ist das richtig gut. Mal schauen, ob das gut ist, Freunde. Let's go. Wir rüsten es aus. Und wie viel gibt es uns das Plus? 400 Plus. Was? 400 Plus, Junge, niemals, Alter. Wie krass ist das? Bin ich sehr, Leute. Yo. Junge, guck mal, das sieht so süß aus. Aber das ist einfach viel heftiger als unsere anderen Pets. Mal schauen, wie viel wir das Plus bekommen. Wie mit dem hier hinten, Leute. Und schlagen, Leute. Boom. Ey, wie viel kriegen wir Plus? Yo, wir kriegen so viel Plus, Junge. Let's go, Alter. Yo. Und wir können hier sogar ein OP-Pet ziehen. Ja, okay, aber das ist nicht so gut. Hier können wir auch ein Ei öffnen. Mal schauen, ob wir hier was Gutes rausbekommen. Bitte, 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 bitte. Komm schon, jetzt nochmal so 1000 Pets. Infernal Demon. Ja, okay, ich glaube, der ist nicht so gut. Ich glaube, der ist nicht so gut. 15 Plus. Ja, verkaufen, Leute. Verkaufen, das brauche ich doch nicht. Wir brauchen ein krasses Pet. Oh, man. Oh, man. Egal, Freunde. Jetzt haben wir ein richtig krasses Pet. Damit werden wir jetzt noch stärker. Und gleich ziehen wir das nächste Schwert, Freunde. Das, was nach dem Magma-Sword kommt. Das, was nach dem Magma-Sword kommt. Ne, ich meine das, was nach dem Dark-Sword kommt. Das Magma-Sword. Das müssen wir gleich ziehen, Freunde. Let's go. Wir werden richtig stark. Und let's go, Freunde. Wir haben so hart trainiert. Schaut euch das an. Wir können das krasses schon equipen. Bam, Alter. Und jetzt haben wir 75 Millionen Stärke. Und damit können wir es auf jeden Fall schaffen, das Magma-Schwert zu ziehen, Leute. So, wir werden uns jetzt trauen, Leute. 100% schaffen wir es. Und let's go. Ey, hoffentlich funktioniert. Ja, es funktioniert, Freunde. Es funktioniert. Bam, Alter. 30.000 Siege plus. Ey, das ist OP, Freunde. Das ist OP. Und jetzt haben wir das nächste Schwert. Und ganz ehrlich, Freunde, 1 bis 10 in die Kommentare. Allemal 1 bis 10 in die Kommentare. Wie findet ihr das Schwert? Ich finde, das ist so eine 3. Sieht nicht so geil aus, Digger. Sag ich ganz ehrlich. Also bisher fand ich trotzdem... Bisher das Geilste war echt dieses Excalibur. Das leuchtende. Guck mal hier. Das ist auch ganz geil. Aber das Geilste ist dieses Excalibur. Guck mal, das leuchtet richtig krass. Und was bekommen wir hier? So ein Magma-Schwert. Aber es sieht nicht so krass aus, sage ich ganz ehrlich. Es ist so voll eintönig. Das Sackshort ist eigentlich auch ganz cool. Hm, egal, Freunde. Wir müssen jetzt richtig hart trainieren, damit wir es noch schaffen, heute den Löwenzahn zu ziehen und die ganzen anderen Schwerter, Leute. Wir wollen die heute unbedingt erreichen. Unbedingt, Leute. So, weiter trainieren. Let's go. Alter, Freunde. Wir haben jetzt so lange trainiert. Schaut euch einfach mal an, wie viel Stärke wir jetzt haben. Junge, 600 Millionen, Alter. Und wisst ihr, was wir jetzt machen damit? Wir ziehen jetzt dieses Löwenschwert, Alter. Nimm das, Junge. Löwenschwert, Löwenzahnschwert. Boom. Let's go. Zack. Und wir haben es bekommen, Leute. 150.000 Siege plus. Und guckt euch das mal an, Alter. 1,4 mal plus Klicks gibt uns das. Das ist schon mal gut, Freunde. Aber findet ihr, das sieht geil aus? Ich finde, das da oben sieht irgendwie lustig aus. Aber ob das geil aussieht... Oh, Alter, was hat der? Ein Laserschwert. Hey, das will ich auch haben. Gib mir auch ein Laserschwert. So, Leute. Let's go. Wir können einfach schon das Löwenschwert ziehen. Hm. Was machen wir als nächstes? Sollen wir jetzt weiter sparen? Oder sollen wir ganz, ganz viele Siege sparen, damit wir mehr Wiedergebunden machen können zum einen? Und vielleicht auch mehr Pets ziehen können. Dann lasst uns das lieber gleich machen. Okay, Freunde. Also, wir trainieren weiter auf mehr Pets und auf mehr Siege. Let's go. Jetzt ziehen wir da einfach richtig oft ran. Und... Let's go. Zack, Freunde. Du bist jetzt einfach... Junge. Guck mal, wir bekommen hier übrigens die ganze, diese Spinne. Ich will die haben heute. Ich will die heute noch haben, Freunde. Mal schauen, ob die krass ist. Aber jetzt erstmal richtig oft ran ziehen, Freunde. Richtig oft ran ziehen. Wir kriegen immer mehr Siege. Plus, Alter, schon 150.000. Das ist OP, Freunde. Das ist OP. So, wir haben jetzt bis ein paar Siege gefahren, Freunde. Ich würde sagen, lasst uns mal mit den Siegen eine krassere Spur kaufen. Wir holen uns diese Christmas-Spur erstmal und nachholen wir uns diese Parcellspur, Freunde. So, und, Freunde, kaufen. Let's go. Für 150.000 Siege. Das kriegen wir ja easy hin. Und jetzt weiter sparen, Leute, damit wir uns doch krassere Spuren später holen können. Leute, wir können wieder am Glücksrad einreden. Und kommt schon bitte was Gutes. Und müßliches Alien. Hä? Ist das gut, Leute? Ist das gut? Lass mal schauen. Wo ist das? Ah, da vorne. Queen. Junge, warte. Ich komme mit Pracken, Junge. Wie schlecht ist das denn? Bitte sehr. Was soll ich denn damit anstellen? Ja, weg damit. Ja, weg damit, Alter. Das ist voll schlecht, Junge. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wir drehen jetzt einfach weiter. So, wir bauen mehr Siege, Freunde. Let's go. Leute, wir öffnen hier vorne ein Ei. Das ist orange, ne? Wir haben jetzt ein paar Siege gefahren. Und für 650.000. Boom, let's go. Ziehen wir den Dammon, den Common Dammon. Ist der gut, Leute? Jo, Alter, der gibt voll viel Plus. Ey, das ist viel krasser als unsere anderen Pets. Ja, das sind direkt ausrüsten. Ja, richtig OP, Freunde. Ja, okay, die Eier lohnen sich ja richtig. Und das war erst das Schlechteste aus dem Ei. Ey, wir müssen mehr Eier ziehen. Junge, wir müssen mehr Eier ziehen, Leute. Okay, wisst ihr was? Wir holen jetzt richtig viele Siege, damit wir zwei Millionen Eier ziehen können. Dort vorne, das, was richtig leuchtet. Das ziehen wir gleich, Leute. Alter. Alter, ich hoffe, da bekommen wir was richtig krass raus. Okay, kommt schon. Wir müssen mehr Siege fahren. Wir müssen mehr Siege fahren, Leute. Und guckt euch das mal an, Freunde. Ich sehe gerade, wir können die krassesten Pets hier ziehen. Junge, Lord Dominus Pet, Alter. 40.000 Power Plus, Junge. Was, Alter? 15.000 Robux. Willst du mich kochen? Komm, der Pleite, Mann. Das ist 200, 300 Euro oder so. Junge, Alter, ist das krass, Freunde. Und was, wenn wir uns das kaufen, ne? Wenn wir uns das kaufen, Junge. Alter, ich markiere mir das, Freunde. Vielleicht kaufen wir es später noch. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Siege fahren, Leute. Siege fahren. Let's go. Okay, Leute. Wir haben jetzt ein paar Siege gefarmt. Jetzt können wir hier am Ei ziehen. Am 2. Mewen Ei. Und bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Und let's go. Aqua Bunny. Ist der gut, Leute? Lass mal schauen, wie viel er uns Plus bekommt. Alter, der ist selten, Leute. Okay. Wie viel gibt er uns Plus, Leute? Und bekommen wir... 77 bekommen wir Plus. Was? Alter, der rüstet wird sofort aus. Der ist richtig OP. Okay, lass uns direkt nochmal ziehen. Bitte noch was Gutes. Bitte hier. Nicht selten, sondern was Krasseres. Bitte, bitte, bitte. Oh, schon wieder Aqua Bunny. Egal, der ist gut, Freund. Der ist gut, der ist gut. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Der ist krasser als unser Demon hier. Aber wir brauchen ein Krasseres. Kommt schon. Irgendwas Epiges oder so. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Und let's go, Leute. Bitte, 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 bitte. Liken, liken, liken. Äh, episch. Yo, let's go. Ja, wir haben was Epiges bekommen. Lass mal schauen, wie krass der ist. Und... Leute, mal schauen. Wie viel gibt er uns Plus? Equip Best? 84. Und jetzt würde ich sagen, trainieren wir richtig hart. Und guck mal, wie viel wir jetzt schon Plus bekommen pro Klick. Yo, wir werden es heute schaffen. Night Toysort, du gehörst mir. Ich werde dich da rausziehen bekommen. Ich bin jetzt noch zu schwach, aber gleich schaffe ich es, Freunde. Und wir ziehen mal hier am Eier. Aber da kommt eh nichts Gutes raus. Haben wir eben schon probiert. Ja, okay, dieser Eiffel-Dom, der gibt nur 10 Plus oder so. Der ist schlecht. Okay, Leute, wisst ihr was? Weiter trainieren, Junge. Let's go. Wir bauen mehr Eier. Und Leute, ich probiere mal, das nächste Schwert zu ziehen. Let's go. Nächstes Schwert ziehen. Und... Ja, das war es komplett. Ein Sakura, eine Sakura-Aura. Special-Aura, Leute. Junge, sollen wir das mal craften? Lass uns das mal craften. Mal schauen, was das ist, Leute. Ist das irgendein krasses Pet? Special-Aura? Nee, das ist eine Aura, Leute. Yo! Alter, warte mal. Was gibt es da? Sakura-Aura. Junge, die leuchtet einfach so pink-schwarz. Alter, das ist heftig. Junge, das ist jetzt richtig krass, Alter. Guckt euch das mal an, Junge. Boom! Alter, wie cool sieht das denn bitte sehr aus? Wir leuchten einfach. Und das gibt uns noch mehr Plus. Das ist okay, Freunde. Okay, ich wusste... Ich dachte, das wäre irgendein Pet, aber das ist einfach so eine Aura, die wir bekommen haben. Hä? Wie krass ist das denn? Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal richtig viele Wiedergeboten, oder? Und... Let's go! Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir wieder von Null anfangen. Aber, Freunde, es hat sich gelohnt jetzt hier. Guck mal, wie viel wir jetzt so Plus bekommen, Junge. Was? Alter, wir sind schon super stark geworden. Wir haben jetzt schon fast 10 Millionen direkt wieder. Alter, Leute, wir haben jetzt so lange trainiert. Wir öffnen hier nochmal so ein Ei, Alter. Und let's go! Episch ist eh nicht. Ja, das ist schlecht, Leute. Das brauchen wir nicht. Aber guck mal, wir haben 200 Millionen Stärke. Jetzt lasst uns mal schauen, ob wir den Drachen damit besiegen können. Nimm das, Drache, Junge. Boom! Alter, der hat uns direkt aufgefressen. Der hat uns direkt aufgefressen. Das war jetzt... Das war reingepupst, Freunde. Also, wisst ihr was? Wir müssen weiter sparen. Als nächstes ziehen wir das langen Klingenschwert, Leute. Das gehört uns. Dafür brauchen wir 6 Milliarden, Alter. Wir sind nicht mal bei einer Milliarde. Egal, weiter trainieren, Freunde. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Und guck mal, was wir hier bekommen können. Yo! Die haben hier gerade für 25, 45 Minuten Spielzeit einfach so drei Pets bekommen. Sind die gut? Nee, die sind nicht mal gut, Freunde. Oder? Die sind nicht mal gut. Wo sind die überhaupt? Hier. 50. Ja, okay. Die sind okay, aber die können wir nicht mal benutzen. Die sind zu schlecht für uns. Okay, Freunde. Wir haben so hart trainiert. Jetzt werden wir es schaffen, dieses Schwert rauszuziehen. Let's go! Wir haben 2 Milliarden Stärke. Boom! Kopfschul, 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 Kopfschul. Klang. Du gehst mir. Du gehst mir. Boom! Alter! Let's go, Junge, Freunde. Der Autoklicker regelt, Junge. Und schaut euch das mal an. Ey, das sieht super cool aus. Das passt auch perfekt zu unserer Aura. Schaut mal, das passt perfekt zu unserer Aura. Unsere Aura sieht krass aus. Und, Leute, das sieht auch krass aus. Yo! Ich finde, das sieht sogar echt cool aus. Das sieht echt cool aus. Als nächstes, Leute, nur noch ein Schwert steht uns bevor der Finale, Boss. Und dann haben wir das letzte Schwert. Dafür müssen wir aber noch richtig hart trainieren. Deshalb, Freunde, müssen wir uns irgendwas ausdecken. Weil, um so viele Milliarden zu erreichen, dauert das echt lange. Lass uns mal hier vorne diese Pastellspur holen. Guck mal, ey. Jetzt passt ja alles perfekt zusammen. Farblich. Guck mal, wie krass das farblich zusammenpasst. Ey, das riecht geil. Okay, Freunde. Weiter trainieren. Wir ziehen hier richtig offen an diesem Schwert, Leute. Und dann holen wir uns nochmal richtig viele Siege und öffnen richtig viele Pads, Freunde. Und dann schaffen wir es auch, das letzte Schwert zu ziehen. Ich werde nicht aufgeben, Freunde. Let's go. Ich komme schon. Eye Opening. Pack Opening, Leute. Hier, zack, zack, zack. Rare Bunny. Ey, ich will hier was Legendary bekommen. Bitte. So, Freunde. Wir machen wieder ein paar Wiedergeburten, weil wir haben richtig viele Siege gefarmt. Und let's go, Leute. Alter, jetzt haben wir 23 Wiedergeburten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal hier Pack Opening. Erstmal das Ei. Hoffentlich bekommen wir hier endlich mal was Gutes aus diesem Glücksrad-Ei. Und. Ich wette. Ja, schon wieder das Alien. Alter, das ist schlecht, Leute. Okay. Also, wir öffnen jetzt das Ei hier richtig oft. Wir haben 21 Millionen Siege. Wir können das also ein paar Mal öffnen. Fünf Mal, Leute. Und let's go. Epischer Bunny. Okay. Nicht schlecht, Freunde. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Und. Common Bunny. Der ganz normale. Okay. Der ist nicht gut, Freunde. Egal. Weiter öffnen. Weiter öffnen. Komm schon. Warte mal. Was können wir hier? Irgendwas kannst du das kaufen? Nee, egal. Lass uns weiter öffnen, Freunde. Weiter öffnen. Weiter öffnen. Und. Epischer Bunny wieder. Hä? Richtig OP. Richtig OP. Den können wir ausrüsten, oder? Ja, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Let's go. Okay. Freunde. Ihr wisst, was das heißt. Wir geben nicht auf. Wir haben jetzt schon wieder 130 Millionen Stärke. Und dann müssen wir irgendwann dieses finale Bosch-Wert rausziehen. Wir schaffen's heute. Wir schaffen's, Freunde. 100 Prozent. Ey, Freunde. Ich werd nicht aufgeben. Wir sind jetzt bei 5 Milliarden fast. Wir kriegen richtig viel plus. Schon eine Million fast mit dem Schlag. Schaut euch das an. Ich hab hier sogar goldene Pets erstellt. Wenn man mehrere Pets hat, dann kann man einfach so goldene erstellen. Und ich hab einfach hier ein paar goldene. Aber wisst ihr was? Wir werden jetzt nochmal reinpainten, damit wir noch schneller, stärker werden. Wir holen uns jetzt nochmal 250 Platz. Äh, nee. 4 Slots mehr. Äh. Wir holen uns hier nochmal für 250 Robots noch mehr Slots, Freunde. Damit wir noch mehr Pets ausrüsten können. Und. Boom, Leute. Wir werden's schaffen somit. Und equip best. Jetzt können wir noch mehr Pets equippen. Schaut euch das an. Jetzt haben wir richtig viele. Let's go, Leute. Okay. Und jetzt kriegen wir noch mehr plus. 1,5 Millionen. Okay, das hat sich gelohnt, Freunde. Guck mal, jetzt kriegen wir nochmal viel, viel mehr plus. Let's go, Leute. Wir brauchen noch bessere Pets. Yo, wir haben jetzt 33 Millionen. Ich hab locker jetzt die ganze Nacht einfach durchgespielt, Freunde. Das ist so geistkrank. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Dieses Schwert hier rauszuziehen. Kommt schon, Freunde. Bitte, bitte, bitte. Mein größtes Ziel, Freunde. Wir müssen es schaffen. Ja, let's go. Kommt schon. Bleib euch so. Nimm das, Junge. 33 Millionen Checker. Und ich schaffe es, Freunde. Let's go. Ja. Ja. 3 Millionen Siege, Alter. Boom. Gegeben, Alter. Let's go, Freunde. Unser krassestes Schwert. Bam. Und sie das hast... Äh, jetzt hab ich's... Warte mal. Ausgerüstet. Boom. Alter, sieht das heftig aus. Ich kann nicht mehr, Freunde. Ich muss offline gehen. Ich muss offline gehen, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben das krasseste Schwert rausgezogen. Yo. Let's go. Und jetzt will ich sagen, Freunde. Haut rein. Drückt auf die nächste Folge. Schnell, schnell, schnell. Und lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Yo, ich hab nicht aufgegeben, Freunde. Ich hab durchgezogen. Die ganze Nacht. Let's go. Drückt auf die nächste Folge. Schnell.